Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich eirnach. Und dann floh in Ägyptenland und bliebe all da bis nach dem Tode Herodis. Auf das erfüllet Würde, das der Herr durch den Propheten geredet hat, die da spricht. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dann, Herr Rohres, sei, dass er von den Weinen betrogen war. Wart er sehr zornig und schickert aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten. Und an ihren Grenzen, die da zweijährig und runter waren. Nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weinen erlernet hatte. Da, da ist erfüllet, das gesaget ist durch den Propheten Jeremias. Jeremias, die da spricht. Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehirrt. Vier klagen ist, weil er ist, weil er ist und andere will. Rahel beweinete ihre Kinder und wollte sie nicht trösten lassen denn es war aus mit ihnen da aber Herodes gestorben war siehe, da erschien der Engel des Herrn im Jode im Traum und sprach 1 2 2 1 1 2 3 3